Wir hatten ja ganz einfach mit Herrn Schuster und seinem Trainerteam ein super Gespräch. Sie haben mich einfach davon überzeugt, dass das genau der richtige Schritt ist für mich, um wieder dahin zu kommen, wo ich schon war. Das ist natürlich etwas, was kein Mensch gerechnet hat. Das ist einfach in erster Linie sympathisch gewesen für so einen kleineren Klub im Vergleich zu anderen Bundesligisten. Dadurch, dass der Verein so gut zusammenarbeitet, dass die Mannschaft so intakt ist, kommt genau sowas zustande. Zunächst einmal möchte ich wieder sehr, sehr viele Spiele machen. In ungefähr eineinhalb Jahren habe ich das nicht bekommen. Das ist mein großes Ziel für mich persönlich, dass ich so viele Spiele wie möglich mache. Und mein Ziel mit der Mannschaft ist natürlich, dass man praktisch ein nächstes Wunder schafft. Es ist auf jeden Fall richtig, dass ich beide Positionen gerne spiele. Aber ich selbst nehme mich auch davor. Da habe ich meine besten Spiele gemacht in der Bundesliga. Und ich glaube auch, dass ich der Mannschaft dort am meisten helfen kann. Nein, das ist eigentlich ganz gut. So etwas schadet keinem Spieler. Natürlich habe ich es jetzt in Hannover und Stuttgart ein bisschen anders gekannt. Aber das ist überhaupt kein Problem für mich. Eine Dusche bleibt eine Dusche. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020